Was ist Gott, wenn ich mir die Frage stelle, ob es Gott gibt oder er eine Rolle in meinem Leben spielt, so kann ich das mit einem klaren Ja beantworten. Meine Mutter hat uns schon immer in einem christlichen Sinn erzogen, hat uns auch die christlichen Werte vorgelebt. Sie kam dann oft mit dem Satz, dann bete ich für dich. Und es hat uns immer gestärkt und mir auch Kraft gegeben. Ich war dann viele Jahre mit dem Kirchenbezirk auf Jugendfreizeiten unterwegs, habe in den Kirchengemeinden mitgearbeitet, war aktiv im Jugendwerk tätig und diese vielen Erfahrungen und Impulse, Problemlösungen haben mich in meinem Leben mit Gott gestärkt. Zurzeit unterstütze ich die Arbeit mit Flüchtlingskindern an der Grundschule. Wenn ich die traumatisierten Kinder lachen sehe, weiß ich, dass Gott mir den richtigen Weg gezeigt hat. Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sind es auch, die mich beleben und mir die Kraft geben. Es waren in meinem Leben keine extremen Ereignisse, die mich zu Gott führten, aber er ist immer mein Begleiter und Gesprächspartner in allen Höhen und Tiefen meines Lebens. Ich bin ein positiver, zufriedener Mensch, weil ich weiß, dass Gott mich begleitet, führt und annimmt, so wie ich bin. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Vielen Dank.